Hallo und herzlich willkommen hier bei Krolop und Gerst. Der Tisch ist leer, bis auf zwei kleine Dinge, die hier liegen. Und um die soll es heute gehen. Eigentlich um das hier, was im Endeffekt das hier so ein bisschen obsolet machen soll in der Zukunft. Aber es geht im Grunde genommen um ein Speichermedium, nämlich CFexpress, aber auch Xcode, SD, CF, CFast, Compact Flash. Also es gibt in der Zeit, in der ich fotografiere, schon sehr viele Wechsel von Speicherkarten und deren Formate. Wo soll ich am besten anfangen? Ich habe in letzter Zeit einiges im Internet gesurft. Das mache ich immer nachts, wenn ich nicht schlafen kann. Und dann lese ich mir auch teilweise Foren durch. Und da gibt es oftmals den Kommentar von wegen Verschwörungstheorie, Aluhut aufgesetzt und los geht's. Sony gibt Nikon die Sensoren und dafür wird Nikon gezwungen, nur Xcode von Sony zu verbauen und deswegen dürfen die kein SD einbauen. Und das ist alles eine ganz große Verschwörung. Und überhaupt sei das total blöde, dass jetzt die SD-Karten weg sind. Ich bin da anderer Meinung. Also Entwicklung hat oftmals was mit Schmerz zu tun. So ein bisschen jedenfalls. Ich bin mir sicher, dass mein Kind in kein Verbrennungsmotor mehr fährt. Ob er jetzt Hybrid, Erdgas, Elektro oder ganz was anderes fährt, das weiß ich nicht. Aber irgendwas anders muss es da geben, sonst würde er wahrscheinlich gar kein Auto fahren mehr können. Jetzt mag das für mich erstmal dämlich sein, weil ich habe mir vielleicht ein Auto mit Verbrennungsmotor gekauft und in den ersten Sekunden sage ich, bah, was soll das? Jetzt gibt es bald keine Tankstellen mehr. Aber das ist halt eben auch Entwicklung. Und bei den Speicherkarten, da ist ein Entwicklungssprung eben die CF-Express-Karte. Und vielleicht ist das gar nicht so richtig in der Realität angekommen manchmal, aber das ist wirklich hilfreich. Ich gebe ein kleines Beispiel an alle, diejenigen, die sagen, ach, warum braucht man denn sowas? Meine Karte soll einfach SD bleiben und ich speichere doch auch. Wir haben ja Destination Namibia in Schottland jetzt nur mit Z gedreht. Und deswegen wurden wir gezwungen, Xcode-Karten bzw. CF-Express-Karten zu verwenden. Und aufgrund dieses Zwangs haben wir jede Nacht bestimmt ein bis zwei Stunden mehr Schlaf gefunden, weil der Kopiervorgang von verschiedensten Kameras mit Unmengen an 4K-Material deutlich schneller ging. Wenn ich so eine CF-Express-Karte in einen entsprechenden Leser packe und dann auf eine entsprechende Festplatte kopiere, wir nehmen da meistens sehr schnelle SD-Festplatten, die auch mit USB-C direkt angeschlossen werden, dann habe ich abartig schnelle Lese- und Schreibgeschwindigkeiten. Wir können ja einfach mal drauf gucken. Hier auf der Karte steht 170 MB pro Sekunde. Ich weiß nicht, ob das praktisch oder theoretisch ist, ist völlig egal. Wenn, dann sind ja beide Karten praktisch oder theoretisch. Also, wir sind ja beide gleich betitelt. Das ist aber einfach nur in dem Falle die Lesegeschwindigkeit. Die Schreibgeschwindigkeit ist noch ein bisschen reduziert. Hier auf der Karte schreiben Sie es wenigstens drauf, die Unterscheidung zwischen Schreib- und Lesegeschwindigkeit. Hier haben wir eine Lesegeschwindigkeit von 1500 MB pro Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 800 MB pro Sekunde. Was ja bei den 170, die Hälfte oder unterhalb der Hälfte ungefähr so 85, 80 MB pro Sekunde wäre. Ich glaube mal gelesen zu haben, sie schreibt mit 95, aber das würde dann bedeuten, dass sie schneller schreibt als die hier im Verhältnis. Egal, das ist fast ein Faktor von 10. Gut, sehr viel Hühneraugen und Augen zugedrückt bei der Rundung auf 10, aber selbst nehmen wir mal Faktor 9. Neunmal schnelleres Kopieren und in der Praxis ist das auch wirklich sichtbar. Wir nehmen heutige Kameras mit 50 Megapixel. Das wird immer mehr. Wir wollen 4K, 4K 60. Wir beschmerren uns, dass die nur 180 Bilder pro Sekunde aufnimmt, die Kamera. Wir wollen Serienbilder, bis der Buffer glüht, aber dann beschwert sich der eine oder andere, dass das Format geändert wird, weil ja die SD-Karten ach so toll waren. Klar, es gibt noch eine schnellere Variante mit dieser doppelten Reihe hier hinten. Die hat auch was von der Geschwindigkeit gebracht, aber irgendwo sind da eben auch Limitationen. Und wir haben oft schon fast glühende SD-Karten aus den Kameras gezogen. Gerade wenn wir Videofilmen sind die teilweise so heiß, dass man sie nur problemlos mit Problemen anfassen kann. Ich habe da immer sehr Angst, weil normalerweise werden nur Speicherkarten heiß, die kaputt sind oder kurz vorher kaputt gehen. Aber manchmal, durch das starke Beschreiben und das Lesen, sind auch völlig intakte Speicherkarten sehr heiß werdend. Ich finde, das CF-Express-Format ist eine wirkliche Entwicklung. Das ist ein wirklicher Schritt nach vorne. In der Praxis, in der Realität, für uns ist dieses Format viel besser. Ich kriege es nicht so schnell kaputt. Wie oft sind mir SD-Karten schon kaputt gegangen? Meistens brechen sie hier an der Seite so ein bisschen auseinander. Ich habe auch schon oft bei Produktionen gehabt, dass man sie irgendwo hinlegt. Ich habe auch schon einmal eine in die Tasche gesteckt und dann war da noch ein Schlüssel drin und war die Karte kaputt. Nicht der Schlüssel. Die Dinger sind super empfindlich. Man muss super, super vorsichtig damit umgehen. Und ich finde, das ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Eigenschaft, die bei den CF-Express deutlich besser ist. Ich habe angefangen zu fotografieren, da gab es noch Kompakt-Flash. Der Nachfolger von Kompakt-Flash ist für mich C-Fast. Ist fast das gleiche Format, bloß natürlich um ein weites schneller. Auch da braucht man wahrscheinlich die Größe, um die Schnelligkeit zu erreichen. Aber für mich ist die SD-Karte eben die XQD- und die CF-Express-Karte. Übrigens, XQD und CF-Express sind nicht das gleiche, sondern es sind unterschiedliche Formate. Sieht man allein schon daran, dass Kameras wie zum Beispiel die Panasonic S1 oder die Z7, die konnten von Haus aus XQD benutzen, aber mussten ein Upgrade bekommen für CF-Express. Soweit ich weiß, ist die Bus-Kommunikation und auch das Schreiben und Lesen dort mit einer anderen Software sozusagen erst möglich. Und ohne das kann man das Ganze nicht lesen. Das ist die gleiche Passform, es sieht perfekt identisch aus, aber es ist nicht das gleiche. Und aus diesem Grund ist übrigens auch noch CF-Express um ein Vielfaches schneller als dieses Sony XQD-Format. Ja, was kann man dazu einfach sagen? Ich finde es sehr, sehr, sehr gut. Ich weine natürlich auch mit einem Auge, dass unsere Speicherkarten jetzt nachher nach kaputt gehen, beziehungsweise nicht mehr nutzbar sind, wenn immer mehr Kameras XQD und CF-Express nutzen. Aber das ist Entwicklung. Und ich muss mich als Fotograf oder als Techniker generell einfach auch über Entwicklung freuen können. Es tut manchmal weh und am besten wäre es, wenn wir die Dinger umtauschen könnten, sagen, hier, ich gebe dir eine, liebe Sanders, ich gebe dir einmal 128 SD und ich kriege von der XQD 128 zurück. Aber so funktioniert eben halt unsere Wirtschaft nicht, denn neue Dinge müssen halt auch neu erkauft werden. Und das tut uns halt am meisten weh. Aber abseits der Frage, ob das jetzt Geld kostet oder dass das Geld kostet, sollten wir die Entwicklung in der Geschwindigkeit, in der Stabilität, in der Professionalität, in der Handhabung einfach auch mal feiern. Und dann, nochmals, diese Karte ist um ein fast Zehnfaches so schnell wie das hier. Zehnfach. Und es gibt sogar noch Karten, die großen davon, die sind noch schneller. Also mit 256 oder 512 GB sind die noch schneller. Und das ist so eine Sache, die toll ist. Over and out. Viel Spaß beim Fotografieren. Euer Martin. 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 Vielen Dank.